Abfahrt! Und los geht's! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mehr! Nooo... ...Risiko! Nooo... ...Risiko! Und wir sind heute auf Mission 0097. Agent Rizk, was machen Sie? HDF, Alter! Wuchtig, wuchtig! Selber! Selber, selber lachen alle Kälber! Ich überprüfe gerade dieses Holz! Scheint mir sehr verdächtig! Ich bin ein Schaf getarnt! Ich wiederhole! Ich bin ein Schaf getarnt! Habe Feindenkontakt! Habe Feindenkontakt! Habe Feindenkontakt! Wo, wo, wo? Da, wo meine Codes sind! Ich bin ein Schwein! Ich bin ein Schwein! Er hat einen Eisbussponsor! Er hat den Tempel! Er hat den Tempel bekommen! Er braucht jetzt Holz ab! Er ist Aker! Jaaaa! Jaaaa! Ich komme an! Ich komme an! Ich komme an! Ich komme an! Sieht so schade! Agenda 107 ist am Start! Ich habe gerade einfach in der Lava ausgesehen wie ein Huhn! Er muss richtig auch geguckt haben! Boost! Nein, Junge! Boost! Ich muss mich tarnen! Er geht rein! Er kommt raus! Er kommt raus! Nein, er kommt nicht raus! Dritte Krypte drauf! Wo ist er? 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 Ich brauche mich raus! Ich brauche mich raus! Lass mal! Jemand so mit TNT springen, während wir hier sind! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist Masterplan Number 97! Alter! Warte! 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 Hilfe! Ich komme gleich! Ich brauche erstmal den Kill! Habe ihn! Habe ihn! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Ich bin unterwegs! Da! Da! Warte! 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 Kann sein Blood! Kann sein Blood! Kann sein Blood! Kann sein Blood! BAM! OK jetzt! BAM! 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 Ich bin auch nicht trauend! Mission Failed! Ich mach Bad Wars eh lieber! Komm dann spielen wir Bad Wars! Oha! Digga, ich will das auch können. Warte, ich versuche es auch schwerer zu können mit dem Mausen-User. Okay, Jungs. Nochmal neue Ansage. Wir sind auf geheimer Mission. Aufkommen. Nein, er hat mich weggenommen. Komm schnell wieder, komm schnell wieder. Drauf da mit dem Spielzock. Selber, selber, selber. Mit dem Spielzock. Nein, der hat ein Schwert. Was? Die haben ein Schwert da. Der hat ein Schwert. Der hat ein Schwert. Mayday, Mayday, Mayday. Mayday, was, 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 was? Du wurdest zugebaut. Nein, hier, ich habe ein paar Hosen. Bam, bam. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Bam. Guten Abend. Moin. Junge. Ich habe ihn getötet. Ich habe keine Lust mehr. So, Jungs. Meine alleinige Karriere beginnt jetzt. Ah, Scheißspiel. So, Jungs. Ich wollte mich jetzt nochmal herzlich bedanken für 3K-Likes auf dem letzten Video. Das war übel sick. Also, hat mich echt gefreut. Was ich noch erwähnen wollte, ist, dass ich gerade auf unserem, ja, gommahd.net-Server bin. Kappa. Ähm, ich bin gerade auf Zorisk. Und, ähm, das ist, ähm, unser eigener Server von mir und Norisk. Äh, dazu gehören auch Payback und, äh, Mr. Lucky zum Staff. Ja, dieser Server ist momentan auf, äh, Whitelist. Also, bis jetzt haben nur Twitch-Subs eine Whitelist hier auf diesem Server. Ja, auf jeden Fall wird dieser Server bald releasen. Und, ähm, ich wollte euch nur so informieren, dass dieser Server hier existiert. Und, äh, wenn er releasen wird, dann, äh, ja, gebe ich euch auf jeden Fall Bescheid. Äh, IP könnt ihr euch schon mal einspeichern. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ähm, ich freue mich wirklich über jede Bewertung. Also, jeder Like zählt, Jungs. Freut mich echt. Und, ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Äh, ja. Goodbye.